Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde, ein letztes Mal noch aus Abu Dhabi. Die Formel 1 Saison 2018 neigt sich langsam wirklich dem Ende zu. Testfahrten standen ja noch an, Pirelli-Tests Dienstag und Mittwoch nach dem Grand Prix. Sebastian Vettel hat schon den ersten Eindruck gegeben, was mit den neuen Pirellis so möglich ist. Die anderen Fahrer waren da noch ein bisschen zurückhaltender. Sepp hat es uns gesagt, war ein bisschen ernüchtert, meinte er, eigentlich sind es die gleichen Reifen wie letztes Jahr. Vielleicht Nuancen, die Mischungen insgesamt sind ein bisschen gewandert. Das heißt, der Hypersoft ist nicht mehr ganz so weich, der Hard ist nicht mehr ganz so hart wie im letzten Jahr. Aber sonst hat sich da nichts Gravierendes geändert. Der hat für Verständnis geworben bei Pirelli, hat gemeint, das Meeting, das die Fahrer mit Pirelli hatten, das ist erst drei Wochen her. Und deswegen war da das Produkt schon gemacht und da konnte man nicht mehr allzu viel machen. Ja, mag vielleicht sein, aber Pirelli wusste ja eigentlich schon länger, was Sache ist und was die Fahrer wollen. Überhitzende Reifen sind natürlich nicht so toll. Das hat ja Racing verhindert in der vergangenen Saison. Oder sagen wir mal so, es könnte zumindest besseres Racing geben, wenn die Reifen nicht so stark überhitzen werden. Also an der Reifenfront, wofür dieser Test ja eigentlich jetzt da war, hat es sich nicht so ganz optimistisch angehört. Und Sepp hat selber noch den Test auch mit einem kleinen Unfall beendet, kann er aber nichts dafür. Es gab technische Probleme am Ferrari, er konnte das Teil nicht mehr abfangen dann. Kurve 1 abgeflogen. Gab aber auch später dann am ersten Testtag für Ferrari noch technische Probleme. Deswegen kam er auf relativ wenige Runden. Also auch nicht die ganz optimale Saisonvorbereitung auf 2019, muss man ja schon sagen. Die Saisonvorbereitung auf 2019, ja die haben wir schon bei allen Teams eigentlich gesehen. Also es war schon fast so ein kleiner 2019er Test. Nicht was die Teile angeht, denn an den Autos selber durften die Teams tatsächlich nicht mal Hand anlegen. Die mussten so gefahren werden, wie sie auch beim Rennen gefahren werden. Denn es sind ja keine offiziellen Testfahrten, sondern wie gesagt eben wirklich Pirelli-Tests. Deswegen auch keine 2019er Flügelprototypen oder irgendetwas, was wir während der Saison teilweise schon gesehen haben. Nein, Spezifikation wie beim letzten Rennen 2018. Aber bei den Fahrern, da haben wir natürlich schon ein bisschen was gesehen. Kimi Reykjönen hat nach über 17 Jahren seinen Comeback im Sauber gegeben. Das war ja ein bisschen komisch, das so wieder zu sehen. Man kannte ihn, vielleicht war es für den einen oder anderen auch komisch, beim Lotus-Comeback zu sehen. Dann wieder ein Ferrari, aber jetzt dann wieder zurück im Sauber. Das war schon ein bisschen was Besonderes. War nicht besonders schnell, aber er konnte immerhin viele Runden drehen. Er hat leider nicht zu uns gesprochen, deswegen können wir euch da leider keine Infos geben, wie er sich gefühlt hat und so weiter. Aber es war schon mal schön, diese ersten Bilder von ihm wieder zurück bei Sauber zu sehen. Gleiches gilt natürlich für Pierre Gasly, der am zweiten Tag dann im Red Bull Platz genommen hat. Er wird ja im nächsten Jahr Teamkollege von Max Verstappen, der den ersten Tag des Pirelli-Tests gefahren ist. Charles Leclerc, der ist ja schon Ferrari bekannt. Als Ferrari Junior durfte er schon das ein oder andere Mal testen. Aber jetzt das erste Mal als offizieller Ferrari-Fahrer sozusagen. Auch Lance Stroll das erste Mal im Force India, auch wenn es noch nicht ganz offiziell bekannt gegeben ist. Aber was wir hören, wird das sehr, sehr bald der Fall sein, dass die finale Bestätigung kommt, dass er im nächsten Jahr fährt. George Russell im Williams. Also wir haben sehr, sehr viele Debüts gesehen, auch Robert Kubica ist wieder gefahren. Schon kleiner Vorgeschmack auf 2019, auch wenn es noch nicht so wirklich aussagekräftig war, aus technischer Sicht oder aus sportlicher Sicht. Es war immer ein schöner Abschluss und schon Blicke auf 2019. Ganz vorbei, muss man sagen, ist es hier in Abu Dhabi aber immer noch nicht. Denn die Formel 2 und die GP3 testet hier noch. Also GP3, das wird der Abschlusstest im nächsten Jahr, das ist ja die Formel 3. Aber die Autos stehen natürlich noch nicht bereit. Und da schauen wir natürlich mit mehr als nur einem Auge auf Mick Schumacher. Denn der hat bekannt gegeben, im nächsten Jahr dort einen Start gehen zu werden. Und der wird tatsächlich auch beim Test da sein. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt auch noch nicht nach Hause, sondern bleiben noch ein bisschen in Abu Dhabi. Und auf motorsportmagazin.com braucht ihr dann gar nicht erst bis zur nächsten Saison warten, bis es spannende Sachen gibt. Sondern natürlich haben wir noch viel, viel vorbereitet. Auch aus der aktuellen Saison haben wir noch Interviews. Ich habe sehr lange mit Dr. Helmut Marko noch gesprochen in Abu Dhabi. Das könnt ihr auf jeden Fall noch lesen. Wir haben mit Renault-Sportchef Cyril Abitiboul gesprochen. Und da haben wir noch auf jeden Fall sehr, sehr viel auf Lager, auf das ihr euch freuen könnt. Aber jetzt vor allem auch auf den Formel 2-Test mit Mick Schumacher.